Nachdenkseiten Die kritische Website Verschwörung in der Verschwörung Von Werner Rügemer Verantwortlich, Redaktion Werner Rügemer ließ sich von den Feiern zum 20. Juli 1944 dazu animieren, etwas genauer zu recherchieren, wer beim Widerstand insgesamt noch im Spiel war. Der US-Geheimdienst OSS und Alan Dulles Seinen für die Nachdenkseiten geschriebenen Text schickte er mit dieser Anmerkung. Ich fand es wieder interessant, wie aufschluss- und ertragreich solche historischen Untersuchungen sind und die herrschenden Legenden so unheimlich billig gestrickt sind. Und das ist alles gar nicht so aufwendig zu recherchieren. Man braucht in diesem Fall nur das offen verbreitete, freilich schnell vergessene Buch des Geheimdienstchefs zu lesen. Der US-Geheimdienst OSS unter Alan Dulles führte während des Krieges Informanten bei den Verschwörern des 20. Juli. In Bild, Zeit, Süddeutsche, ARD, ZDF, bei der Bundeskanzlerin und auch in der aufklärerischen jungen Welt, bei allen Würdigungen des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944, blieb auch zum 75. Jahrestag ein Beteiligter verbissen ausgeblendet. Der US-Geheimdienst Office of Strategic Services OSS Europa-Chef Alan Dulles hatte den Widerstand von links bis rechts mit Informanten durchsetzt. Ziel? Der Widerstand durfte keinen Erfolg haben, denn der hätte nur den Russen genützt und möglicherweise zu Friedensverhandlungen geführt. Die Feindschaft des Westens gegen die Sowjetunion mit der Gefahr eines neuen Krieges hatte spätestens schon 1943 begonnen, eine Kontinuität bis heute. Wir wissen fast alles haarklein genau, seit 72 Jahren, seit 1947, vom Meister der Verschwörungen selbst. Wall-Street-Star-Anwalt Alan Dulles war seit 1942 OSS-Europa-Chef. Er veröffentlichte 1947 in New York das Buch Germany's Underground. 1948 erschien es auf Deutsch im Züricher Europa-Verlag Titel Verschwörung in Deutschland. 1949 erschien es mit demselben Titel als Lizenz im Kasseler Harriet-Schleber-Verlag, der von der US-Militärregierung gegründet worden war. Dallas – Breiter Widerstand in Deutschland Meine erste und wichtigste Aufgabe war, schreibt Dallas einleitend, herauszubekommen, was in Deutschland vorging. Washington wollte wissen, wer in Deutschland die eigentlichen Gegner Hitlers waren. Von außen hatte es den Anschein, als ob es Hitler tatsächlich geglückt wäre, das gesamte deutsche Volk für sich zu gewinnen, zu hypnotisieren oder zu terrorisieren. Das war auch die Analyse des Nazi-Terrorstaates, wie sie von der kritischen Theorie in den USA verbreitet wurde. Aber Dallas konstatierte, Es gab einen breiten Widerstand. Es gelang mir, Verbindungen mit der deutschen Untergrundbewegung aufzunehmen und schon Monate, ehe das Komplott am 20. Juli kulminierte, hatte ich mit den Verschwörern Fühlung nehmen können. Kuriere gingen unter Einsatz ihres Leben von und nach Deutschland mit Berichten über die Entwicklung der Verschwörung. Dallas' Resümee Damit zeichnete der Geheimdienstler ein ganz anderes Bild, als damals die US-Regierung und vor allem das State Department öffentlich propagierten. Ganz Deutschland sei im Griff der Nazis, alle Deutschen seien Nazis, der Terror sei total. Dallas schickte seine Berichte unter dem Codewort Breaker, Brecher, nach Washington. Aber Roosevelt und seine Generäle logen weiter, Churchill machte begeistert mit. Alle Deutschen sind Nazis. Im Januar 1943 bekräftigten sie in der Konferenz von Casablanca, als die Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad klar war, keine Friedensverhandlungen, unconditional surrender, bedingungslose Kapitulation nach der endgültigen, totalen Niederlage der Deutschen. Merke, auch für heute, Regierungspropaganda und reales Geheimdienstwissen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Fake Information, Fake Production, sie kann auch darin bestehen, dass das Gegenteil von dem behauptet wird, was man weiß. Die Informanten Dallas residierte ab 1942 in der neutralen Schweiz in der Hauptstadt Bern. Formell war er Mitarbeiter der US-Botschaft, hatte auch ein Büro im Finanzzentrum Zürich. Bei den Verschwörern führte er mehrere Informanten. Der wichtigste war Hans-Bernd Gisewius. Der war Mitglied der konservativen deutschnationalen Volkspartei DNVP gewesen. Im NS-Regime gehörte er zunächst zur Gestapo, dann zum Stab von Admiral Canaris, dem Chef des Geheimdienstes Abwehr, der mit General Oster einer der Führer des militärischen Widerstands war. Gisewius war nach einigen internen Scharmützeln zum Vizekonsul im Generalkonsulat des Deutschen Reichs in Zürich ernannt worden. Hier liefen kriegswichtige Informationen zusammen. Hier verkehrten Schweizer und deutsche Geschäftemacher, denn die Schweiz war keineswegs neutral. Schweizer Firmen lieferten wichtige Rüstungsgüter an die Wehrmacht, Schweizer Banken beschafften dem Deutschen Reich die Wiesen durch An- und Verkauf von Raubgold und Raubaktien. Gisewius pendelte mit Hilfe seines privilegierten Status ständig zwischen der Schweiz und Berlin hin und her. Das ergänzte sich. Canaris und Oster erhofften sich über Gisewius bei Dallas Hilfe der westlichen Alliierten und Dallas organisierte über Gisewius sofort ab 1942 die Verbindung zu den Verschwörern. Gleichzeitig pflegte Gisewius freundschaftliche und politische Beziehungen mit mehreren Mitgliedern des OSS. So war der deutsche Vizekonsul eine unschätzbare Hilfe für mich, hielt Dallas fest. Wenn der Informant aus Berlin zurückkam, traf ihn der Geheimdienstchef nachts in Bern oder Zürich zur Übermittlung der neuesten Informationen. Als Gisewius unter Gestapo-Verdacht geriet, beschaffte der US-Geheimdienst ihm geheime Gestapo-Kennmarken, ein Hinweis, wie tief Dallas in die Infrastruktur des NS-Terrorapparates eingedrungen war. Weitere Informanten, die hin und her reisen konnten, waren Gero von Gevernitz, Edward Wäthchen und Theodor Strünk, letzterer für Dallas, unser getreuer Bote Strünk. Bevorzugt Konservativer Widerstand Die Militärs Dallas suchte vor allem Kontakt zum konservativen Widerstand, der die Unternehmer- und Bankenherrschaft aufrechterhalten wollte, nur eben ohne Nazis. Der Geheimdienstchef war ja selbst Vertreter von US-Banken und US-Konzernen sowie von deutschen Konzernen wie Krupp und IG Farben, die während der Weimarer Republik mit der US-Seite zusammenarbeiteten. Deshalb hatte Dallas seine Informanten auch in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, Bank for International Settlements, 1931 von Wall-Street-Banken gegründet. Die hatten ebenfalls ihren Sitz in der Schweiz, in Basel. Sie wurde vom Wall-Street-Banker MacKittrick geleitet, beschaffte zum Austausch für Wehrmachtsraubgold kriegswichtige Devisen für das Deutsche Reich. Dallas hatte die übergeordnete Aufgabe, das Eigentum und die Geschäfte von US-Unternehmen und Banken wie Ford, General Motors, IBM, ITT, Standard Oil, Chase Manhattan und JP Morgan mit dem Deutschen Reich im ganzen besetzten Europa abzusichern, auch mit Blick auf die Nachkriegszeit. Das erwähnt der Meister in dem Buch allerdings nicht. So etablierte Dallas im Deutschen Reich Kontakte zu konservativen Militärs neben Canaris und Oster, etwa zu General George Thomas, Chef des Wehrwirtschaftsamtes, zu Ulrich von Hassel, vom Mitteleuropäischen Wirtschaftstag und Botschafter des Deutschen Reiches, beim immer gut informierten, antikommunistisch aktiven Vatikan und zu General Alexander von Falkenhausen, dem Militärgouverneur von Belgien. Konservativer Widerstand, die Politiker Ebenso etablierte Dallas Kontakte zu konservativen Politikern, so zu deren politischem Haupt im Verschwörerkreis, Karl Friedrich Gördeler, der von 1933 bis 1936 Preiskommissar unter Hitler gewesen war. Auch zu Mitgliedern der ehemaligen katholischen Zentrumspartei, etwa zum rechten Ex-Kanzler Heinrich Brüning, der in den USA eine Professur an der Universität Harvard bekommen hatte, hielt der Geheimdienstchef Kontakt, ebenso zu Josef Wirth, dem linken und gewerkschaftsfreundlichen Zentrumspolitiker, der in der Weimarer Republik Reichskanzler und verschiedentlich Minister gewesen und in die Schweiz geflüchtet war. Der überzeugte Anti-Nazi-Wirt, so Dallas, half dem OSS, um Himmlers Agenten in der Schweiz auszutricksen. Übrigens den angeblichen Widerständler Konrad Adenauer, der in Deutschland von den Nazis eine hohe Pension erhielt, erwähnt Dallas nicht, gewiss zu Recht. Die Verschwörer hatten Verbindungen nach England und in die militärisch-neutralen Staaten Schweden, Spanien, Schweiz und die Türkei. Einer der besten Verbindungen im Ausland für die Verschwörung war der katholische Rechtsanwalt Josef Müller, der der weltliche Verbindungsmann von Kardinal Faulhaber zum Vatikan war, schrieb Dallas, der auch diese Kontakte abschöpfte. Müller, das war übrigens der spätere Ochsensepp, der Gründer der CSU. Ebenso pflegte Dallas Kontakt zu konservativen Kirchenfunktionären beider christlicher Konfessionen. Dr. Eugen Gerstenmeier, den ich gut kennenlernte, war ein Mitglied des Kreisauer Kreises. Der OSS stand in ständiger Verbindung mit Dr. Hans Schönfeld von der Evangelischen Kirche in Deutschland, der oft zum Weltkirchenrat nach Genf kam, ebenso mit dem Jesuitenpater Muckermann, der in die Schweiz geflüchtet war. Dallas berichtete seiner Regierung in Washington auch über die radikaleren christlichen Oppositionellen wie Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer und viele andere Priester, Pastoren und Laien. Die Roosevelt-Regierung schwieg darüber. Damit war Dallas einverstanden. Er hielt von sich aus die Berichte jüdischer und anderer Informanten über die Judenverfolgung und die KZ zurück, leitete sie nicht nach Washington weiter. Die Aufgabe des Geheimdienstes war, alles zu wissen. Aber weder der Schutz der Nazi-Gegner noch der Schutz der Juden gehörte zu seinen Aufgaben. Über seine Behandlung der Judenverfolgung schreibt Dallas in seinem Buch nichts. Ähnlich verhielt sich die Churchill-Regierung in England. Dallas verfolgte, dass Schönfeld und Bonhoeffer sich in Stockholm heimlich mit dem britischen Bischof von Chichester getroffen hatte. Der hatte die Umsturzpläne und die Bitten der Verschwörer um Hilfe an Außenminister Anthony Eden weitergeleitet. Aber die britische Regierung war nicht beeindruckt, so der OSS-Chef. Bankiers und Industrielle Die Wallenbergs Ein wichtiger OSS-Informant war der schwedische Bankier Jakob Wallenberg. Mit seinem Bruder Mark führte er die größte Banken- und Unternehmensgruppe in Schweden. Das neutrale Schweden belieferte das Deutsche Reich mit kriegswichtigen Materialien und Produkten, etwa Kohle- und Kugellager. Jakob Wallenberg war Mitglied in der geheimen Regierungskommission für wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Schweden. Deshalb war er häufig in Berlin, um mit der NS-Regierung die Lieferungen abzusprechen. Nebenbei traf er sich ab 1940 bis Ende 1943 mit Gördeler, der ihn für die Unterstützung für einen Staatsstreich gegen Hitler gewinnen wollte. Mehrfach fanden die Treffen in Stockholm statt. Weil die Wallenbergs auch gute Beziehungen zu Churchill hatten, hofften die Verschwörer um Gördeler auch auf britische Hilfe. Wallenberg sollte vermitteln, blieb aber zurückhaltend. Jedenfalls hielt er Dallas über die Aktivitäten der Gördeler-Gruppe auf dem Laufenden, auch über ihre sich intensivierenden Kontakte zu den Militärs um Stauffenberg. In der herrschenden Weltkriegslegende wird über die Judenrettung des Familienmitglieds Raoul Wallenberg in Budapest berichtet, nicht aber über die kriegswichtigen Beziehungen des Wallenberg-Clans zu Hitler-Deutschland. Auch Dallas erwähnt dies in seinem Buch nicht, obwohl er über Informationen in Stockholm genau im Bilde war. Sozialdemokraten, Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschafter Im ausführlichen Buchkapitel »Die Linke« schildert Dallas seine unterschiedlichen Kontakte zu den linken Verschwörern. Zitat Zitat Ende So pflegte der OSS Kontakte zu führenden SPD-Mitgliedern, etwa zu Wilhelm Högener, der in der Schweiz Exil bekommen hatte. Immer wieder konnte er mir helfen, in der Schweiz mit Mitgliedern der Deutschen Linken Fühlung zu nehmen. Nach dem Krieg wurde Högener, in dem von den USA besetzten Bayern, der erste Ministerpräsident. So wusste Dallas auch über die illegalen Aktivitäten von Kommunisten Bescheid. Ein kommunistisches Zentralkomitee leitet die kommunistische Tätigkeit in Deutschland und steht in Verbindung mit dem Nationalkomitee Freies Deutschland in Moskau und wird von der russischen Regierung unterstützt. Ebenso wusste der OSS über die »Rote Kapelle« Bescheid, in der Ministerialbeamte, Kommunisten und auch eine Amerikanerin heimlich Meldungen an die Sowjetunion funkten, bevor sie aufflogen und hingerichtet wurden. Auch die Amerikanerin. Dagegen protestierte die US-Regierung nicht. Der OSS kannte auch die illegalen und gefährlichen Aktionen von Kommunisten. Propagandamaterial in Briefkästen stecken, Sabotage in Schiffswerften, Aktionen zur Langsamarbeit, Organisation von Fremdarbeitern. Die Informanten des OSS berichteten über lokale Bündnisse von Kommunisten und Sozialdemokraten. Der US-Geheimdienst registrierte die »Zerwürfnisse und Spaltungen« innerhalb der Linken und über Neuformationen, etwa die Gruppe »Neu« beginnen und über den Internationalen Sozialistischen Kampfbund, ISK. Der OSS unterhielt Kontakte in den Kreisauer Kreis, in dem die radikaleren Offiziere wie Adam von Trotz zu Solz und Klaus Schenk von Stauffenberg sich auch mit Sozialdemokraten wie Adolf Reichwein, Carlo Mierendorf und dem Gewerkschaftsführer Wilhelm Leuschner sowie dem katholischen Gewerkschafter Jakob Kaiser trafen. Nur abschöpfen, nicht unterstützen Von Schweden wie auch der Schweiz, Spanien, der Türkei und dem Vatikan mussten die Verschwörer erfahren, dass sie auf keinerlei Versprechungen der Alliierten rechnen konnten. Fast alles zusammen. Mit den Alliierten meinte er die Westlichen, denn zur Sowjetunion nahmen die Verschwörer des 20. Juli keine Kontakte auf. Auch die direkten Informanten, die wie Gisewius zwischen der Schweiz und Deutschland hin und her pendelten, teilten den Verschwörern die Position des OSS und von Roosevelt und Churchill immer wieder mit. Es gibt keinerlei Unterstützung. Die Verschwörer sind tief enttäuscht, dass die Westmächte keine Unterstützung geben. Der Geheimdienstchef beendete deshalb aber keineswegs die Aktivitäten seiner Informanten, im Gegenteil. Er wollte gerade deshalb genau wissen, wie die Vorbereitungen des Attentats vorangingen, denn der Widerstand drohte sich nach links zu radikalisieren. Die Informanten berichteten an Dallas 1944, Der Sozialist Leuschner mache in der Verschwörung zunehmend mehr Einfluss geltend. Der brillante Sozialist Dr. Julius Leber versuche, im letzten Moment die Kommunisten kurz vor dem 20. Juli in die Verschwörung mit einzubeziehen. Der Kreis um Stauffenberg war einverstanden, dass nach dem geglückten Attentat Leuschner, Leber und Haubach alle Kabinettspositionen in der neuen Regierung erhalten sollten, so Dallas. Das bag die Gefahr, die US-Militärs waren gerade erst in Frankreich, die Rote Armee drang immer schneller vor, die Sowjetunion bot Friedensverhandlungen an. Das Attentat verzögern Dallas war über den Informanten Jakob Wallenberg informiert. Die Putschpläne des Gördeler Kreises waren im September 1943 fertig. Die personelle Besetzung der Zwischenregierung sei geklärt, General Beck als Staatschef mit Militärs, Ministern, Vertretern von Gewerkschaften und Gemeinden. Anschließend würden Wahlen abgehalten, bei denen wahrscheinlich die Sozialdemokraten gewinnen würden. Die Verschwörer kamen aber nicht voran, weil sie immer noch gutgläubig auf die US- und die britische Regierung hofften. Die aber blockierten absolut. Aber auch andere bremsten, wie die Wallenbergs, berichtet Dallas. An Weihnachten 1942 trafen sich die alten Sozialdemokraten Carlo Mierendorf, Theodor Haubach und Emil Hank, Mitglieder des Kreisauer Kreises. Wenn Hitler jetzt beseitigt würde, entstünde ein politisches Vakuum. Die amerikanischen und die britischen Streitkräfte waren weit weg. Das Verschwinden von Hitler würde Deutschland nur zu leicht dem Kommunismus ausliefern. Deshalb das Motto der SPD-Leute, Hitlers Ermordung so lange hinausschieben, bis sich die amerikanischen und britischen Heere auf dem Kontinent festgesetzt hätten. Dallas erfuhr weiter von seinen Informanten, Die USA und England machten sich in der deutschen Bevölkerung durch die Bombardierungen der Städte 1943 auf Hamburg auch zum ersten Mal mit Phosphorbomben unbeliebt. Es entwickle sich ein wachsender Skeptizismus in Deutschland gegenüber dem, was denn noch vom Westen zu erhoffen wäre. Es machte großen Eindruck auf die Massen, dass dieses Bombardieren nur vom Westen herkam. Die Gefahr des vorzeitigen Friedens Dallas erkannte und meldete nach Washington, Der Einfluss des Nationalkomitees Freies Deutschland, NKFD, das mit Moskau Zusammenarbeit, wächst und wird durch die Millionen russischer Kriegsgefangener in Deutschland wesentlich verstärkt. Das Abkleiden zur extremen Linken hat verblüffende Ausmaße angenommen und wächst ständig an Bedeutung. Die feindliche Stimmung, die bei den Arbeitern und in den Bürgerkreisen entstanden war, schwächte den Einfluss der nach Westen orientierten Verschwörer und gab denen, die ihre einzige Hoffnung auf die Sowjets setzten, Oberwasser. Der US-Geheimdienstchef informierte seine Regierung, Viele Verschwörer glauben inzwischen, dass Russland besser für die Nachkriegsentwicklung in Deutschland ist. Russland lässt Deutschland sich weiterentwickeln, in stärkerem Maße als England und Frankreich, die in Deutschland ja einen Mitbewerber auf dem Weltmarkt sahen. Dallas analysierte zutreffend, Von Russland kommen dauernd konstruktive Ideen und Pläne für den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Kriege. Im Vergleich dazu haben die demokratischen Länder der Zukunft von Zentraleuropa nichts zu bieten. Churchill Nur ein Kampf der Hunde untereinander So wurde der Widerstand von Kriegsbeginn an geschwächt. Das Attentat wurde immer weiter verzögert. Es wurde dann zum letztmöglichen Zeitpunkt ausgeführt und missglückte schließlich. Radio Moskau schilderte ausführlich das Attentat, lobte die Attentäter, ließ General Walter von Seidlitz zu Wort kommen. Der hatte den Bund deutscher Offiziere, BDO, gegründet und schloss sich später dem NKFD an. Im Westen wurde das Attentat als bedeutungslos heruntergespielt. Churchill kommentierte im Sinne der westlichen Strategie Nur ein Kampf der Hunde untereinander. Dallas lobte nachträglich in seinem Buch die mutigen Widerständler als Vorbilder, aber er hatte sie lediglich informatorisch abgeschöpft, sie wurden mitleidlos geopfert. Ebenso wurden im weiteren Verlauf des totalen westlichen Krieges die ungleich zahlreicheren Kriegsopfer auf ziviler und militärischer Seite hingenommen. Unconditional Surrender Fortsetzung nach dem Krieg Übrigens, die Kontakte und Kenntnisse, die Dallas als Chef des US-Geheimdienstes OSS während des Krieges in allen besetzten Staaten erwarb, setzte er als Chef des OSS-Nachfolgedienstes CIA nach dem Krieg weiter ein. Weiter gegen die substanziellen Nazi-Gegner, weiter gegen Russland, weiter für die US-Dominanz im Nachkriegseuropa. Sozialdemokraten, die sich der CIA-Linie Non-Communist Left Policy, links seien, aber die Sowjetunion als Feindbehandeln anpassten, wurden gefördert. Diejenigen, die nicht einmal konservativen Widerstand geleistet hatten, wie Konrad Adenauer, Jean Monnet und Maurice Schumann, wurden die Gründerväter der EU. Wer das missglückte Attentat vom 20. Juli 1944 so als Vorbild feiert und sich zudem auch noch die Beleidigung der Attentäter durch Churchill kommentarlos gefallen lässt, wie die diskreditierte herrschende Klasse in Deutschland, scheint bereit zu sein, vergleichbare Opfer auch heute hinzunehmen. Man ist ja schon mittendrin. Unter dem Artikel finden Sie insgesamt acht Fußnoten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.